Das ist entweder sehr knifflig oder ich stelle mich sehr blöd an. Und das Virenprogramm möchte wieder was meckern. Ich war nie, werde aber immer sein. Man sieht mich nicht, doch ich komme bestimmt. Ich kann nichts tragen, doch bringe ich manchen viel. Oh, das könnte alles sein. Warte mal. Ich kann nichts tragen, doch manchen bringe ich viel. Man sieht mich nicht, den Morgen sieht man ja. Schwerkraft sieht man nicht. Regen sieht man. Vakuum auch nicht. Aber Vakuum tragen? Ich mache mal schwer krampft. Nein, es war doch der Morgen! Fuck! Wir sind tot. Ups! Ist ja lustig. Ah, nein! Nein! Ich will kein neues Spiel! Mann! So. Also es war... Oh, ich hätte direkt den Morgen... Das war mein erster... Oh, Mann! Das wollte ich als erstes nehmen. Ja, Kiste öffnen. Das wollte ich als erstes nehmen morgen. Shit! Warum habe ich denn nicht auf mein Gefühl gehört? Warum reagiere ich... Warum höre ich denn nicht auf mich? Warum höre ich denn nicht auf mich? Was ist denn eigentlich, wenn wir einfach in die Richtung laufen? Tup, tup, tup. Aber was, was? Das mache ich danach, wenn wir es geschafft haben. So mache ich das wahrscheinlich 5000 Mal. Die Musik ist cool. Es ist nicht bekannt, bist du sie misst, doch verloren, wenn sie geflossen ist. Das ist die Zeit. Zerbrecht ihr mich? Was heißt denn, wenn wir zwei machen? Was hat Wurzeln, die niemand kann schauen? Ist höher als ein Baum? Hoch, hoch in das Licht und wächst dennoch nicht. Apropos, kam nicht genau so ein Rätsel im Hobbit vor? Zumindest im Buch? Ich meine ja. Ja, ist nämlich ein Berg. Dann diesmal wirklich der Morgen, wie ich es eigentlich sagen wollte. Und ich bin immer noch eine Liebe. Ihr habt mich gehört und schon hört ihr mich wieder. Doch dann sterbe ich, bis ihr ruft mich wieder. Bei das Erste zerbrecht ihr mich, laufe ich weiter, berührt ihr mich, könnt ihr mich fangen. Verliert ihr mich, ist nichts von Bedeutung, weil er das Herz ist, hat er ja gewusst. Ich mach mal zwei, ihr habt mich gehört und schon hört ihr mich wieder. Doch dann sterbe ich, bis ihr ruft mich wieder. Wer es macht, der braucht es nicht. Wer es kauft, der braucht es nicht. Wer es gebraucht, der weiß es nicht. Ein Grab. Auf dem Flug... Was? Auf dem Flug nach Dantuin treffe ich fünf Schiffe. Jedes Schiff hat fünf Crewmitglieder. Jedes Crewmitglied hat fünf Haustiere. Wie viele fliegen... Das finde ich lustig. Jedes... Wie viele fliegen insgesamt nach Dantuin? Ja. Nur einer. Ich bin der Einzige, der nach Dantuin fliegt. Bevor ich gehe, wie heißt ihr? Ich könnte versuchen, euch irgendwie anders zu befreien. Ich bin bereit. Das war doch mal cool. Aber tut mir schon leid. Okay. So. Jetzt aber. Levelaufstieg. Ich glaube, ich muss gleich mal den Laptop neu starten. Oder ich mache das jetzt einfach mal hier drüber. Äh, was nehmen wir denn? Wir haben einen Punkt. Dann machen wir mal heilen. Talente. So. Komm. Was nehmen wir denn da? Ja, ähm... Hm. Was ist das? Duellieren! Effektiv auf ihren Eingriff und verteilen. Ja, komm. So. Und Kräfte? Kräfte hätte ich jetzt gern irgendwas... Irgendwas... Irgendwas Destruktives. Oder Energiewiderstand. Hm. Ach, komm. So. Annehmen. Und wir schauen uns weiter auf Korriban um. Das war doch mal... Das war wirklich mal spannend. Also ich fand das grad wirklich cool. Können wir eigentlich Karsi Barthys Waffe aufrüsten? Wo wir grad schon mal hier stehen. Fernwaffe. Komm schon. Obwohl... Apropos, können wir eben eigentlich... Ach ja. Mache ich später. Weil ich dann erst... Warte mal. Können wir unsere... Unsere Rüstung aufwerten? Komm schon. Ne. Natürlich nicht. Aber... Vielleicht können wir... Für ihn was aufwerten. Wie das? Ups. Ich glaub, mehr haben wir nicht. Doch, haben wir. Okay. Dann verbessern wir das Ding mal. Komm. Komm schon. Ich glaub, nach der Folge werde ich mal meinen Laptop wieder neu starten. Schließen. Schließen. Ich mach ja auch grad einfach meinen... Ich weiß nicht, wie langen Aufnahmemarathon, weil ich einfach nicht aufhören kann zu spielen. Das ist ganz schlimm. Ich bin jetzt doch sicher schon seit... Drei Stunden oder so. Vier Stunden? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es ist grad ein ziemlich langer Aufnahmemarathon. Ich würde ja mal aufhören, aber es ist... Ich mag's grad so gerne. Ich glaub aber, mein PC findet das nicht so lustig. Aber ich hab vorhin noch mal nachgeguckt. Die Platte läuft nicht voll. Ich hab noch über 200 Gigabyte. So. Aber mein... Irgendwie mein Mauscursor ist müde. Deshalb werde ich gleich, wie gesagt, nach der Aufnahme, nach dieser Folge, werde ich ne klitzekleine Aufnahmepause machen. Aber wahrscheinlich direkt weiterspielen. Haha. Und, äh, einfach mal den PC neu starten. Ich glaub, das werde ich machen. Dann muss ich zwar hier OBS und alles nochmal ein bisschen einkonfigurieren. Das muss ich irgendwie jedes Mal machen. Weil das immer so ein bisschen... Ja. Ich kontrolliere immer gerne alles 5000 Mal. Und dann... Ich weiß gar nicht. Gehen wir in die Kantine oder sprechen... Zukünftig das... Sprechen wir mal mit denen. Wer seid ihr? Warum wollt ihr in die... Warum wollt ihr in die Akademie? Aber nicht jeder kann die Macht kontrollieren. Liebelein. Warum schließt ihr euch nicht den Jedi an? Ähm. Wie denkt ihr, stehen eure Chancen? Ganz gut, dachte ich. Aber ich bin jetzt schon seit Tagen hier und bis jetzt ignorieren mich alle. Aber vielleicht ist das ja ganz gut. Die Aufmerksamkeit, die die Sith einigen anderen Anwärtern geschenkt haben, war ziemlich... Tödlich. Wie kommt man in die Akademie? Wenn ich das wüsste, man muss wohl einen der Sith beeindrucken. Na, jedenfalls trifft Juthuraban die endgültige Entscheidung. Angeblich ist sie eine Twi'lek. Sie soll eine mächtige Sith-Meisterin sein. Sie allein entscheidet über die Aufnahme der Anwärter. Wo ist Juthuraban? Keine Ahnung. Angeblich kommt sie hin und wieder in die Kolonie, um in der Kantine etwas zu trinken. Sie könnte überall sein. Ich gehe da mal weiter. Na dann, lebt wohl. Was haben wir denn hier? Sorry, dass ich immer mit so vielen Leuten rede, aber ich mache das einfach gerne. Nein! Nein, lebt wohl! Ich möchte gerade keinen Passag spielen. Sorry, ich mag nicht. Obwohl, komm. Weil ihr es seid. Weil ihr es seid. Komm. Lass uns... Wer seid ihr? Lass uns spielen. Ja, komm. Ähm. Ja. Ach, warte mal. Halten, ne? Was? Wie, wie gewinnt? Mit 10? Hä? Der betrügt doch. Alter, der betrügt doch. Gebt ein... Äh. Ich will euch einige Fragen stellen. Ganz ehrlich. Sag mal, bin ich bescheuert? Bin ich denn völlig bescheuert? Wisst ihr etwas über die Ebenhawk? Geschieht hier irgendetwas, das mich interessieren könnte? Was wisst ihr über die SIS-Akademie? Ähm, was wisst ihr über die Ausgrabung der SIS... Äh, was könnt ihr mir über die Ausgrabung der SIS erzählen? Ich glaube, wir müssen an die SIS-Akademie. Ähm. Es muss eine Möglichkeit geben, dort hinzukommen. Ähm, wisst ihr etwas über eine Sternenkarte auf Korriban? Eine sehr, sehr alte Sternenkarte. Vielleicht haben die Ausgrabungen der SIS etwas damit zu tun? Hm, das wäre im Moment alles. Ciao, Basso. Gino Molirani.